Durchstarten im Wahljahr. Fit für 2013. Willkommen beim neu formierten Team Deutschland. Unser Ziel ist es, alle Unterstützer für Angela Merkel zu motivieren, zu mobilisieren, sodass Angela Merkel 2013 weiterhin Kanzlerin bleibt. Bereits der Auftakt auf dem Parteitag in Hannover ein voller Erfolg. Mehr als 600 Anmeldungen in zwei Tagen und täglich werden es mehr. Alles unter dem Motto, wir sind ein Team. Wir wollen eben auch eine Mitmachpartei sein. Das gilt für die politische Willensbildung, für das Mitmachen an den Inhalten der Partei. Aber es gilt natürlich auch für das Dabeisein und für das Unterstützen unserer Spitzenkandidatin Angela Merkel. Bei ihrem persönlichen Teambesuch in Hannover traf die Parteivorsitzende jede Menge motivierte Unterstützer. Ich bin im Team Deutschland, weil Angela Merkel für die CDU und für Deutschland wichtig ist und die Politik der CDU und für Deutschland absolut richtig ist. Weil das die Möglichkeit ist, sich einzusetzen für die Bundeskanzlerin und für die Bundestagswahl 2013. Weil ich denke, dass wir mit Angela Merkel eine verantwortungsbewusste und vor allem vertrauensvolle Bundeskanzlerin haben. Weil ich mich freue, im nächsten Jahr Angela Merkel unterstützen zu dürfen, weil ich denke, dass Frauenpower und insbesondere mit Angela Merkel wichtig ist für Deutschland und für die CDU. Passend zu den ganz persönlichen Statements gab es beim Team auch die ganz persönliche Ausrüstung. Individuell mit dem Namen bestickte Polohemden – die gibt es nirgendwo zu kaufen. Und unbezahlbar sind auch die Vorteile, die jedes Teammitglied genießt. Schnelle und exklusive Infos für den Wahlkampf 2013 – ganz dicht dran an der Kampagne. Denn nur gut informierte Wahlkämpfer können die Bürger von der Politik der Union überzeugen. Es ist natürlich auch eine tolle Sache, um einfach auch ein Stück hinter die Kulissen eines Wahlkampfs zu schauen, was, glaube ich, sehr spannend ist. Aber auch das Gefühl zu haben, ich tue etwas aktiv. Ich bin dabei, bewege etwas. Also ich lade alle ein, die Freude an sowas haben mitzumachen. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Drei Schlüsselbegriffe prägen die Teamarbeit. Gemeinschaft, Engagement und Erfolg. Nur die Partei, die wirklich alle ihre Befürworter, alle ihre Mitglieder und Unterstützer, freiwilligen Unterstützer auf die Straße bringt, nur diese Partei kann die Wahl gewinnen. Und wenn wir die Wahl gewinnen, wird Angela Merkel wieder Kanzlerin. Und das ist unser großes Ziel. 1 2 3 2 3 3 4 4